Na ja dann, halt neuer Versuch. Ähm. Na fuck. Was? Ernsthaft? Nicht mal schnell geschmeichert habe ich. Ja. Was für ein Bullshit. Na gut, all zu viel haben wir ja nicht verpasst. Ach. Gut, dann gehen wir direkt zum Maverick. Ich habe keine Lust gegen die Untoten, Ertrunkenen zu kämpfen. Wir sind einfach rätselnd. Gehen wir zum Maverick. 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 Laufen, 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 laufen. Na, was machst du denn da? Hier auf zu pissen. Boche ist Lager. Achso, hier sind wir. Ja. Hat mich schon gefragt, wo wir jetzt hier sind. Spiechern, 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 Spiechern. Okay, jetzt. Geh pfen. Ja, ein bisschen boxy-boxy. Ja, mach Platz. Jetzt geht das Boxen los. Hat mich schon lange nicht mehr. Hm. So. Hm. Schön. Und das war's. So. Ja, komm, mach mir direkt weiter. Okay, dann lern mal vom Meister. Na ja, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Dann noch einmal. Nee, lass mein Haar in Ruhe. Hm. Und tschüss. Schön. Geralt räumt auf. Nee, haben wir noch ein paar Überraschungen. Hm, wer will. Ja, gestreifte Freund ist auch schön. Na, das wird da jetzt was. Und tschüss. Das war Roche. Na, das wird jetzt Beine für ihn. Okay, schön. What? What? Was für ein Spitzel. Hm. 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 Oh, wow. Hm. Und der läuft einfach durch. Wird's mit verarschen. Was war das denn? What the bloody hell is all this about? We're just practicing. Want practice? I'll have you cleaning the canteen with your bare asses. How's that for practice? Back to the camp. I, sir. Hm. That doesn't end this. Hm. 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 Was will der Lappen denn? Warte, den laufen der Ereignisse ab. Offene Rechnungen, okay. Hm. Na schön. Want to practice some more? Brrrr, nö. When the time comes. So. Hm. The mother comes and tells him, the elder and the recruiter are coming for you. He was slaughtering pigs at the time. So he takes a pig's eye and puts it between his buttocks. He does what? Puts a pig's eye in his arse. The elder and the recruiter enter, and the mother says, Son, they've come to take you to war. And he's standing with his back to them, his pants down. He spreads his cheeks and says, I can see that. Did they take him? Not a chance. Hm. So kann man auch verhindern, ins Militär genommen zu werden. Interessant. Und wo ist ein Roche? Trouble. Äh. Heißt, wo auch. Okay. Hm. Roche. Vess ist da. Können wir weitermachen? Grüß Gott, Geralt. Grüß Gott, Vess. Was ist die Nachrichten von den blühen Stripern? Sie halten ihre Augen offen, wie immer. Hm-hm. Henselt thinks he'll take Vergen easily. A regular army will always win against a popular uprising. I know this. Henselt knows it. I don't understand why Saskia doesn't. Maybe she'd rather die than surrender. Or she has a surprise in store for Henselt. Possibly. Henselt keeps the precise plans of his campaign a secret. Why haven't you set up in the Kidweni camp? Information becomes more available the closer you get to this source. Henselt doesn't trust us and I don't blame him. If not for this damn fog, we'd have moved even further south. Hm. We've lost the Assassin's Trail. The Trail led us here. If it goes no further, the Assassin's must be in the vicinity. I see two possibilities. Either Henselt hired them, or he's their next target. We'll find out soon enough. Hm. Ah, stimmt. Das kann ja auch sein. Dass ein König sie angeheuert hat, die anderen Könige zu töten. Stimmt. Das hab ich gar nicht bedacht. Hm. 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 Henselt might profit from the deaths of Fultest and Demoven, but covert assassinations aren't his style. I suppose you're right. The Kidweni king seems to love a good war. Just take a look around. Perhaps that's his ruse. When the cheese goes missing from the larder, no one thinks of blaming the cat. Hm. Okay. Ah, das ist das Neuverdacht. Toll. Hm. Okay, was haben wir denn hier an Kisten? Nice. Schön. Ein bisschen Lorenz, noch mehr. Lederzeug und hier. Schön. Hm. 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 Hier zu spien auf uns. Werden wir für. Werden wir für? Für Henselt. Für Deathmold. Ich habe sie gezwungen. Ich habe sie verabschiedet. Es ist so passiert, dass wir commoner Worte haben. Aber nicht aufhör. Verne und Roche ist kein einer von ihnen. In diesem Fall, was ich mit diesem Willen? Hm. Hm. You're forgetting one thing. Kedwen's just fighting for a better life. Edirne's fighting for life itself. Motivation's important, I grant you. But it can't trump knowledge of the art of war. Temeria's my only concern. And I'll be glad to see Hensault's forces tied up here. That's a good thing. Think he wouldn't stop after conquering Edirne? What if he quickly deals with Saskia and turns his army west? It's possible. But I hope it won't come to that. Hm. You need to be careful. Deathmold can't learn that you're holding a Kedweni spy. He won't. Don't you worry now. Deathmold has an excellent net of his own spies. That spy we caught in the Ritos. Arnold. He's prancing around in the next world. Why did you kill him? What else was I to do? On the boat you said he was living proof of Hensault's conspiracy against Temeria. I didn't plan it. He just didn't survive the interrogation. Maybe you shouldn't have keelhauled him. If you'd been cooperative I wouldn't have had to. Did he spill anything interesting? He was tough. But waterboarding can be incredibly effective. Eventually he coughed up that Hensault was trying to bring the border towns to a boil. Hensault's not stupid. He wouldn't want to wage war on two fronts. That rat Larito was supposed to stir unrest in Flotsam. Luckily you rearranged his intestines with your blade. Hmm. Okay. Na toll. Der Spion ist tot. Den wir mühsam eingefangen haben. Hmm. Also jetzt schade. Sure. What news of good old Flotsam? Thanks to us it still is good old Temerian Flotsam. If I hadn't sniffed out Larito's treachery a Kedwenny Garrison would be stationed there already. Constable John Natalis has appointed a new commandant to Flotsam. Let's hope he doesn't turn out to be another whore. Mhm. You miss your old friend, Yorvith? If the gods are kind, he'll yet fall into my hands. That said, I wonder what the scoundrel's up to. Ah, I fag him ich auch. I was wondering what you're actually doing here, Vernon. The blue stripes never want for work. Especially in a hotbed like this. You're not about to tell me, are you? And here I thought we had something special. I've got my finger on the pulse. And I've not forgotten what I came here for, Geralt. Voltest's assassin. Precisely. He's holding up like a rat. And he'll meet a rat's end. Hm. Okay. Was zum. So, the battle was on. Terrible losses on the left flank. They almost broke our ranks. Their swords dropped their pikes and ran to the archers' corpses. Give me start, Routon. Okay, we have a bit of information gathered. Schön. Okay. Und es ist wieder Tag. Oder Morgen. Frühmorgen. Na schön. Na schön. Na gut, aber die Soldaten von diesen Typen waren das die Leichen, die wir verbrannt haben. Wo ist denn der jetzt? So, Moment ja. Das hier will ich. So, spricht mit Maverick. Wo ist denn der? Oh, versteckt der sich? Wo bist du? Wo du sein? Ja und die ist doch Maverick. Hallo, Maverick. Da bist du. Da bin ich jetzt gespannt. Hm. Die Gassen nennen dich halt einen Mörder. Hm. Die drei Schwestern gehen nach zum Flusshofer. Hm. Sekunde. Okay. Bitte nicht wieder abstürzen. Bitte nicht abstürzen. Bitte nicht abstürzen. Bitte nicht. So, bitte nicht abstürzen. Gut. Dankeschön. Was ist denn das immer hier am Anfang? Was soll denn das? Oh. Okay, nochmal speichern. Hm. Nein, ich war bei der Hütte. Ich bin in der Hütte, wo du und deine Hütte sind. Ich habe ein paar interessante Sachen in der Hütte gefunden. Ich weiß nichts davon. Und ich will nicht wissen nichts. Ich will nur den Phantom. Ich kann nicht helfen, wenn du mir nicht sagst. Wenn ich muss. Die Leute sagen, dass der Malgett mit demnischen Dämonen verliebt hat. So viel Blut hat durch die Pontar. Es ist das Schmerz in der Hütte, die Menschen in der Hütte verliebt. Das ist alles, was ich wirklich weiß. Oh, Trudy. Hast du nichts damit gemacht, Witter? Äh. Ach stimmt, wir haben ja noch dieses Notiz. Da müssen wir noch jemanden finden, der das übersetzen kann. Wer könnte das sein? Ah, ich habe eine Idee. Ähm. Hm. 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 Okay, gut, dann kommt er mal dahin. Zum Flussufer, ja, aber Moment, wir haben hier noch dieses Ding. Wer kann das über... Ach stimmt, warte, ich hatte ja eine Idee, habe ich auch gesagt, aber wieder vergessen. So. Was ist das denn nicht? Ich hasse diese Türen hier. So. Das ist ja noch da drüben. Das muss ein anderes Lager sein. Okay. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Oh, Audrin. Einfach so gefunden, na toll. Get up, you piss-pump. Your friends are worried sick about you. What? Where am I? What am I doing here? This is strange. Hmm. Are you Audrin? Are you Audrin? Audrin? That's right. And that one was a cunt runt. Not a proper her, you know. I was all, la-dee-da, I'll plow you nice, I says. And she don't scream at me like a brook, sir. Listen, Audrin, you're so drunk a single spark and you'd be a torch. Now straighten up and shut up or the guards won't let you in the camp. So I says, I says, square shmur, what's square? What the fuck fish do you mean? I wanna plow. I'm this cunt spritin' on about square fish. Tell me about the square fish later. We gotta get you back to your friends. They're worried about you. Me mitz? Ulf? Ulf, me brother, where is he? Ulf? Ulf? Calm down and try not to puke on the guards. Hmm. Bring Audrin zusammen, drei Kumpanen. Na schön, komm mit. Kommst du mit? Dann muss ich den anderen ansprechen. Na schön, was ist denn hier? Was ist das denn hier? Na toll, hab ich immer was anderes gefunden, einfach so. Ist ja ganz toll. Öpöpöpö. Öpöpöpö. Na, okay, das ist ein zweiter Satz. Mann, du stinkst gelass. Mann, bist du hässlich. Mann, bist du stinkend hässlich. Ist klar, Gerald. So, jetzt macht's bumm. Und jetzt bist du dran. So. Ein bisschen tanzen. Und zurückgehen. So. Und das macht bumm. Ein Lachenfresser, okay. Zwei Lachenfresser. Ist ja jetzt nicht so toll. So. Ne, ne, ne. Was war das denn? Hm. So. Ne, ne, ne. Okay, jetzt wird's scheiße. Moment. Was wird zu denn? Geh weg. Noch mehr? Ja, na toll. Ne, ne, ne. So. So, Mist. Es sind viel zu viele. Und da kommen nicht mehr noch mehr. Wollte mich faschen. Die spawnen hier direkt. Level aufgestiegen. Yes. Lass ich das mal sehen. Okay, die haben was abbekommen. Gut. Gut für mich. So. Ne, kommt her. Ich bin noch nicht fertig mit euch. So. Ne, ne, ne. Puh. So, und tschüss. Jetzt warten und jetzt macht bumm. Oh, bist doch scheiße. Ne, ne, ne. Jetzt macht bumm. Ich sag dir, macht bumm. Geht doch. Macht bumm. Schau, ich hab den aber nicht mitgenommen. Der ist feig abgehauen. Komm her jetzt. Schnauze. Oh man, was war das? Uiuiui. So, Speichern. Ganz wichtig. Oh man, wir haben hier tausend und eins Aufträge. Zu tun. Wir kommen einfach nicht so recht weiter. Ständig gibt's hier. Ne, ne. Ne, Ablenkung und so. Hm. Okay, was ist denn hier mit dieser Höhle? Was ist denn hier los? Hm. Okay, wieder ein bisschen schwerter. Schön. Können wir verkaufen. Falls nötig. Hm. Was ist das denn hier? Das gefällt mir nicht. Kraftkreis, okay. Was ist das hier für eine Höhle? Ich glaube, es hat zum Verbrennen. Nein. Was? Vergiftete Harpienkralle. Zwölf Stück. Ist das... Distanzwaffe vielleicht? Okay. Hm. Da habe ich doch gerade Schritte gehört. Wer ist denn hier? Von links habe ich Schritte gehört. Was ist denn das hier? Hm. Ah, Moment, wir kommen hier. Was ist das hier? Okay, bekommen wir hier das zweite Ding. Das Schiffbrief. Was ist das hier? Ne, ist auch wieder eine Truhe zum anschauen. Jetzt mich auch nicht verhaschen. Kommt doch später. Hm. Okay, hier ist ja wohl doch nix. Noch eine Truhe zum Anschauen. Genau wie der Rest. Ist ja ganz toll. Hm. Okay. Was zum. Hm. Waren hier Zwerge. Ja, was ist denn hier jetzt passiert? Was ist denn hier jetzt passiert? Was ist denn das überhaupt hier mit diesen Käfigen und so? Was ist denn hier? Was ist denn da? Achso, hier sind wir. Okay. Schön, wir haben hier noch was. Was ist denn da? Springen. Springen! Hui! Was ist denn? Golem. Ah, das wird dann Spaß. So. Mist, weg! Ah, Mist. Oh, Loot. Okay, das ist eine Golem-Höhle. Hm. Na, komm schon, Trif. Gut. Wenigstens haben wir es drin. Hm. So. Okay. Hm. Na, ist doch toll. Hm. Du bist viel zu vorhersehbar. Das war mir recht sein. Hui. Und. Ah ja, wirklich. Nö. Oh, knapp. So. So. Dem ausweichen sei Dank. Und tschüss. Dann macht der Puff. Und stirbt. Was haben wir denn da? Mit dem Endstein und Genius so viel. Ach, Genius sind Golems. Okay. So ist das. Na, was hast du denn bewacht? Wir müssen mal speichern. Ganz wichtig. Okay. Was rüstet denn? Was? Banat. Was ist denn für eine Rüstung? Hui. Reduktion von Magieschatten plus zwei. Uh. Nice. Okay. Wir haben eine neue Rüstung. Geil. Ja, nur die Stiefel sind scheiße. Das. Das passt überhaupt nicht. Okay, tja. Ravens Rüstung. Hast gute Dienste geleistet. Aber leider. Bist du in diesem Teil. Nicht mehr die stärkste Rüstung. wie beim ersten Teil. Schade. Hm. Okay. Magisch. Sieht das besser aus? Ne, sieht genau gleich aus. WTF? Ne, ist ja toll. Hm. Aber bist du denn besser? Na gut, das andere ist magisch. Aber das hier ist episch. Also nehmen wir doch eher das hier. Hm. Noch mehr Harpian Kralle. Schön. Ohrens. Ein paar Schwerter. Schön. Was haben wir hier? 31 Ohrens. Okay. Können wir wenig Schaftstiefeln. Ist das gleiche? Ja, sieht so aus. Und noch mehr Ohrens. Ja, viel zu wenig. Vor allem Ohrens ist es hier viel zu wenig. Mecker, mecker. Da muss mehr. Genau. Okay, na, sie haben eine neue Rüstung. Wir haben eine neue Rüstung. Hat sich schon gelohnt. So, wir kommen jetzt rüber. Ach so, okay. Schön. Schön. So, wir machen das gleiche. Vielen Dank.